was geht ab leute ich zeige mich in diesem video man sieht nur hier gesichtshälfte so mein mund sieht man und ich zeige mich jetzt komplett in dem video ich nicht ein normaler youtuber bin sondern ein komischer werde ich mich genau jetzt zeige hoi das bin ich nicht wundern wegen diesen kopfhörern ich habe bald andere meine andere kopfhörer sind kaputt gegangen und das sind nicht meine standard kopfhörer so wie geht es euch so das ist mein gesicht ihr werdet mein gesichert sind reaction sehen in games ihr bildet mein gesicht hat mein gesicht ich kann es gar nicht hochladen muss ich es wird alles kommt mit meinem gesicht nur dass ihr bescheid ist und leute ich finde ich dann wirklich sehr 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 cleanen tag hat rein ciao